Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Weihnachtswarten. Heute ist der 2. Dezember und somit auch die zweite Folge. Das heißt, dass gestern ein Kommentar kam, dass ich jeden Tag so ein Video machen soll. Und zwar von Unpolite Design oder so. Tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche, aber ja. Auf jeden Fall habe ich da ein paar liebe Kommentare gekriegt. Viele kann man nur nicht sagen. Aber ich freue mich echt, dass ihr euch auch freut und dass ihr mir das auch wünscht. Und ich freue mich schon extrem auf Weihnachten. Heute hat mein großer Bruder Geburtstag, Anton, und er wurde 19. Und ja, also ich, deshalb wünsche ich einen, die heute Geburtstag haben, einfach mal so einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, und falls ihr nicht Geburtstag habt, seid nicht traurig. Ist ja, mal gucken. Also, ja, egal. Oder schreibt mal in die Kommentare, wann ihr Geburtstag habt. Aber gerade, wenn ihr im Winter Geburtstag habt. Und ja, ich freue mich schon so doll auf Weihnachten. Ihr glaubt es gar nicht. Und heute in meinem Adventskalender war so ein richtig tolles, wie heißt das, äh, habe ich das hier in meiner Tasche. Das hier. Warte, sieht man das? Ja, äh, Fisherman's Friends, irgendwie. Mit, ähm, Salmiak Luzengis oder so. Das wollte ich euch einfach mal erzählen. Ja, und dann sehe ich euch hoffentlich morgen wieder. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020